Abonnier diesen Channel. Du spaßt. Über die Zäune klettern, das hab ich... Ach so Schatz, du bist so ehrlich, ich glaub dir, immer, ewig. Ich würd' dich nie anbinden, der Ringkamp, ich war, äh, bei Zäune war ich Techniker. Und Schatz, hast du dir was vor? Eigentlich nicht. Ah, ah, ah. Entschuldigung, jetzt ist noch zu früh. Tut mir leid, aber das hab' ich immer sehr zugungen. Aber ich komm' bisschen näher zu dir. Ich hoffe, es gefällt dir, ja. Du hast einen schönen Ausschnitt heute. Das... Hast du dich extra für mich umgezogen, ja? Nein. Das freut mich echt so, ja? Schatz, ich lade dich heute ein zu mir. Ich hoffe, wir werden viel Spaß haben und wir werden uns besser kennenlernen, ja? Wirklich? Ja. Dann komm' ich zu dir. Aber jetzt gleich. Oder bis später. Aber ich wär' bei dir zuhause. Äh, die Kinder sind... Was? Okay, okay, okay. 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 Okay? Ah, das ist zu früh. Es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh. Hör auf. Aber wir gehen jetzt. Es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh. Ja. 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 Was musst du denn jetzt sehen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Was passiert? Ganz ruhig. Ich hab Ramona gesehen. Was? Mit dem Kastron. Was? Wir werden's dieser Mattspiene zeigen und wir werden Judo trainieren gehen und da wird's ein bloß Wunder erleben. Ja, boah, machen wir's nicht! Das ist brechst! Ja, gib's nicht! Los! Ja, boah! Ja, boah! Ja, boah! Ja, boah! Ja, boah! We wait cof! Ja, boah! Ja, boah! Um redative Laut um Alter was und das ist ein leases действительно erf� Vancouver. Wir climbed auf Feuer und der Fluss, der Fluss dont wir nachher hier. Lamar Guck! Niemals! Guck! Hasn't So, Ramona. Komm schon, Baby. Geh her. Fröhlich wie zu Hause. Hier kannst du dich entspannen. Meine Großeltern wohnen noch da. Meine Enkel wohnen noch hier. Und alle drum und dran. Die ganze Familie. Entspann dich da. Kannst hinsetzen. So wie du willst. So wie du willst. So wie es wärs dein Zuhause. Bleib drauf. So. Ich geh nicht mal umziehen. Ja, Schatz. Ja. So. Jetzt bin ich bereit, Schatz. So, Schatz. Der Kinder sollte jede Sekunde da sein für mich zuhause. Habe ich Angestellte. Und ja. Die arbeiten für mich. Nee, wirklich. Die arbeiten für mich. Äh. Ich bin ein reicher Kerl. Ehrlich zu sagen. Wie gesagt. Ich hab zu Hause. Äh. Viele Angestellte. Darf ich meine Handschuhe ausziehen? Ja sicher. Freilich. Das ist nicht zu kalt. Minus 20 Grad. Ist ab und zu manchmal plus 20. Weiß nicht. Ich muss mal die Busfrau fragen. Dass sie die Heizung auftritt. Ja. Wie gesagt. Hier viele Angestellte. Viele Kellner. Angestellte. Äh. Techniker. Büro. Äh. Kauffrau. Und so weiter. Und so fort. Ja. Möchtest du was trinken mit mir? Ja. Okay. Kellner. Der kommt ja richtig. Richtig. Was wird denn? Das ist meine neue Freundin. Wahrscheinlich nach heute Abend. Wunderschöne Kinder. Das ist mein Kellner. Wunderschön. Hallo. So. Für mich bitte ein Sunrise. Bitches in the club. Für dich. Ich will die Peach in the forest. Hast du's gehört? Okay. Und die Tür fast auf der Frühling. Alles was sie sagt. Also zur Wodka. Okay. Passt. Ich komm gleich. Der ist noch so süß wie du. Meine alle Angestellte sind süß hier. Es gibt gar keine die noch süßer sind als ich. Das ist einmal klar. So zur Feststellung. Ja. Oh. 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 Yo, 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 su Successia, su Successia. Yo, 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 sa nebeza, sa promilia. Nikolezla, 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 Nikolezla hatta tosía. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020